gut wir fangen an schwingungen und wellen darum geht es in der nächsten zeit und wir hatten schon mal zwei versuche und zwar das waren mechanische schwingungen ich fange mal ganz kurz an zur erinnerung mechanische schwingungen hatten wir beobachtet und zwar einerseits am pendel das war ein pendel hier oben befestigt wenn man so fiedert heißt das dass hier eine schwere bzw relativ schwere masse ist an der man irgendwas befestigt das pendel schwingt hin und her und wir hatten folgendes beobachtet je kürzer der faden umso schneller schwingt das pendel aber wir hatten auch folgendes beobachtet ich mache das mal in grau wenn ich das pendel nicht so weit ausgelenkt hatte war komischerweise ein gleicher rhythmus zu sehen also das heißt dieses pendel hat sich gar nicht so schnell hat sich gar nicht geändert in seinem verhalten sage ich jetzt mal vorsichtig dazu also wenn man hier dann sagt okay ich hatte weiter ausgelenkt das wäre der eine fall das ist komplett egal das heißt die periodendauer wir hatten schon mal darüber gesprochen bei kreisbewegung t ist proportional ja was wenn ich hier irgendwie die länge eines pendels angebe die länge wovon ist t proportional wie kann man das mathematisch ausdrücken naja so ungefähr sieht es aus aber da war das nicht genau wissen machen wir mal ein fragezeichen dahinter sieht aber auf jeden fall so aus je länger der faden umso länger wird die zeit einer hin und her bewegung das wäre eine periodendauer also nochmal periodendauer periode heißt hin und her und unterstreicht das also eine vollständige bewegung zweites gerät war auch eine mechanische schwingung hatten wir einen so genannten federschwinger hier eingehakt eine feder ein gewichtchen dran da ist uns was anderes aufgefallen da hatten wir hier eine masse da gab es auch eine periodendauer nämlich hoch und runter da hat das ding also von hier ruhelage bis hier oben geschwungen und auch bis hier unten geschwungen also das war obere und untere lage hier hatten wir einen ausschlag von hier bis hier auch hier war die periodendauer von irgendwas abhängig also t wovon war hier t scheinbar abhängig ja das sah auch wirklich so aus die periodendauer schien proportional zur masse gewesen zu sein aber wir wissen es nicht ich mache das fragezeichen mal rot wir wissen es nicht wir werden es dann herleiten können das ist gar nicht mal so schwer okay das bis dahin jetzt hatte ich aber immer wieder von solchen sachen gesprochen und zwar von hier bis hier habe ich immer gesagt oder von hier bis hier dann hier von der ruhelage ausgehen jetzt brauchen wir ein paar begriffe dieses von hier bis hier und über die ruhelage hinaus das nennt man schwingungsweite oder amplitude das ist die amplitude das heißt wie weit schlägt sowas aus wie weit schwingt etwas das hier ist die amplitude ich mache mal eine mitte ändere ich mal damit ihr es besser seht das grüne ist die ruhelage wenn man gar nichts tut wenn das panel in der mitte hängt ruhelage das heißt ruhelage hieße hier bei dem gewicht hier auch in der mitte zwischen den beiden ausschlägen so und dann kann ich hier auch zu sagen das ist auch hier die amplitude von hier beziehungsweise hier wie weit das ist darum geht es das ist die amplitude wenn ich also von der amplitude spreche spreche ich davon wie weit ist das aus der ruhelage heraus jetzt könnte ich was zeigen leider fehlt mir dazu der sand